Hallo und herzlich willkommen auf onlineautomaten-spiele.net. Ich bin Florian und zeige euch heute, wie ihr einfach ein Konto bei Intercasino eröffnen könnt, wie die erste Einzahlung funktioniert und welches Casino-Angebot euch zur Verfügung steht. Wenn ihr die Casino-Seite das erste Mal besucht, müsst ihr oben rechts erstmal auf Jetzt anmelden klicken und hier wird gleich nach eurer E-Mail-Adresse und einem Passwort gefragt, welches ihr natürlich noch wählen müsst. Daraufhin müssen persönliche Details wie Vorname, Nachname, Geburtsdatum sowie Adresse angegeben werden und unten muss man dann noch die AGB bestätigen. Übrigens könnt ihr hier unten rechts noch ausschalten, dass ihr SMS-Werbung erhaltet. Nach dem ersten Login ist es noch kurzerhand erforderlich, den Account zu validieren. Dies funktioniert mit einem Code, der an euer Handy geschickt wird. Daraufhin könnt ihr oben rechts auch schon auf die grüne Schaltfläche Einzahlen klicken, um die Ersteinzahlung auszuführen. Dafür muss hier kurzerhand ein Mindesteinstellungsbetrag eingegeben werden, zum Beispiel 20 Euro oder natürlich individuell auch mehr. Hier kann man daraufhin wählen, ob man einen Einzelungsbonus erhalten möchte oder nicht. Dafür gibt es einmal einen Bonus aktuell auf Spielautomaten oder auch auf Tischspiele. Man kann aber auch einfach ohne Bonus weiter zur nächsten Einzahlung. Auf dieser Seite werden die verschiedenen Einzelungsmöglichkeiten nun angezeigt. PaySafe-Karte, Kredit- oder Debitkarten, Skrill oder auch Nutella und mit einem Klick auf weitere Methoden steht auch noch die Banküberweisung zur Verfügung. Die jeweiligen Details müssen noch eingegeben werden, nachdem man auf Einzahlen geklickt hat. Das ausgesprochen große Casino-Angebot von InterCasino wird euch angezeigt, wenn ihr auf alle Spiele klickt und hier seht ihr dann die wirklich gigantische Auswahl von verschiedenen Online-Spielen im Bereich Jackpots, Live-Casino, Top-Bewertete oder auch die neuesten Spiele. Zudem kann man übrigens auch auf die Spielautomaten umschwenken oder auch Blackjack oder Roulette spielen und obendrein steht sogar Video-Poker, sehr sehr viele Tischspiele und auch ein Live-Casino zur Verfügung. Um jetzt direkt zum Anbieter zu gelangen, genügt es nun im Video auf das Anbieter-Logo zu klicken. Falls euch das Video weitergeholfen hat, würde ich mich über einen Like freuen und damit ihr keine zukünftigen Videos und Angebote mehr verpasst, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal, ciao!